Kannst du dir vorstellen, mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin eine eigene Literaturepoche auf die Beine zu stellen? Goethe und Schiller haben genau das getan. Die Weimarer Klassik wäre ohne die Freundschaft zwischen den beiden nicht denkbar. Die Weimarer Klassik Die literarische Strömung der Weimarer Klassik erstreckte sich in etwa von 1786 bis 1805. Im Jahr 1786 hatte der 37-jährige Goethe genug von seinem anstrengenden Ministerposten im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Heimlich und unter falschem Namen brach er in das Land seiner Sehnsucht auf. Nach Italien. Goethe verbrachte insgesamt zwei Jahre in Italien, bevor er nach Weimar zurückkehrte. Er sah diese Reise als Wiedergeburt an. Das ausgelassene und inspirierte Leben, das Goethe in Italien beobachtete und führte, und die antike Kunst, die er überall bestaunen konnte, veränderten sein Kunstverständnis. In seinen Werken wollte er den Menschen von da an so darstellen, wie er idealerweise sein solle. Edel, hilfreich und gut. Der Weg zu dieser Humanität gelingt nur über die Nachahmung der in der griechisch-römischen Antike formulierten Ideale. Diese wurden als klassisch, im Sinne von vorbildlich angesehen. Eine solche humane Persönlichkeit macht Goethe in seinem Drama »Iphigenie auf Tauris« zur Hauptfigur. Nach dem Terror und der Gewalt im Zuge der französischen Revolution wendete man sich von der Politik ab. Man glaubte, dass langfristige Veränderungen in der Gesellschaft nur erreicht werden, wenn jeder Einzelne sich selbst zu einem besseren Menschen erzieht. Das würde am besten durch die Beschäftigung mit anspruchsvoller Kunst gelingen. Der Titelheld in Goethes »Wilhelm-Meister-Romanen« durchläuft beispielhaft eine solche Ausbildung zu einer harmonischen, ganzheitlichen Persönlichkeit. Die Schriftsteller verstanden sich deshalb als Erzieher. Die Menschen sollten sich unter ihrer Anleitung zu innerlicher Freiheit, Schönheit und Erhabenheit heranbilden. Anders als im Sturm und Drang ging es nicht mehr um Rebellionen gegen bestehende Verhältnisse, sondern um das Streben nach Harmonie mit sich selbst und mit der Welt. Es sollte ein Gleichgewicht herrschen zwischen Vernunft und Gefühl. Den alten Gegensatz zwischen Pflicht und Neigung wollte man aufheben. Der Mensch sollte freiwillig das tun wollen, was er tun muss. Nur so könne man zu einer schönen Seele werden. Diese Einsicht versuchte Schiller in seinem Drama »Maria Stewart« darzustellen. Friedrich Schiller führte, anders als Goethe, lange Zeit ein unstetes und von Armut geprägtes Leben. Er gelangte vor allem durch das Studium der Schriften von Immanuel Kant zu seinen klassischen Ansichten. Schiller verfasste viele philosophische Abhandlungen, wie zum Beispiel den Text »Über die ästhetische Erziehung des Menschen«. Ab 1794 begann die Hochphase der Weimarer Klassik. Schiller und Goethe wurden enge Freunde. Sie genossen die intellektuelle Atmosphäre am Weimarer Hof der Herzogin Anne Amalia, arbeiteten an gemeinsamen Texten, kritisierten die Textentwürfe des jeweils anderen und inspirierten sich zu neuen Ideen. Als der schwerkranke Schiller im Jahr 1805 verstarb, war Goethe tief getroffen und wendete sich anderen Themen und Werken zu. Eine der wirkungsmächtigsten deutschen Literaturepochen fand so ihr Ende. So, jetzt das Wichtigste nochmal zusammengefasst. Die Weimarer Klassik dauerte etwa von 1786 bis 1805. Ausgangspunkt war der Wandel von Goethes Kunstverständnis. Die Zusammenarbeit zwischen Goethe und Schiller prägte diese Epoche. Der Mensch sollte sich durch die Beschäftigung mit Kunst selbst zur Humanität erziehen. So sollte auch eine Harmonie des Menschen mit sich selbst und der Welt entstehen. Und durch den Ausgleich von Pflicht und Neigung würde sich die schöne Seele bilden.